CX Talks wird diesen Monat unterstützt von CX Omni. CX Omni ist die führende Customer Journey Management Plattform zur Aggregation und Normalisierung aller CX Daten entlang der Customer Journey. Dies unterstützt unternehmensweite Customer Journey Management Frameworks gegen Silo-Denken und für eine erfolgreiche, bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Die CX Omni Plattform bringt Unternehmen auf das nächste Level im Journey Management. Denn Kundeninsights werden immer im Kontext der Journey angezeigt. Anforderungen leiten sich aus den glasklaren Visualisierungen ab. Die Orchestrierung aller an einer Customer Journey beteiligten Fachbereiche wird somit optimiert, datenbasiert und immer aktuell. Mehr Informationen und den Download-Link zu einem 40-seitigen Playbook zu diesem Thema gibt es auf www.cxomni.net slash Playbook und auf der Sponsorenseite.